hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich habe heute die nachricht gekriegt dass ich gewonnen habe ein gaming router hurra habe gerade alles ausgefüllt also meine anschrift wo ich wohne und jetzt muss ich gleich auf klein spielen ist doch das wollte ich ja sowieso mal wieder spielen habe ich sound aus und habe ich aus so jetzt seht ihr meine schöne base wo ich damals schon mal gespielt habe dann zwei jahre aufgehört habe und mittlerweile wieder ein bisschen spiele mit meiner frau wir haben eine eigene clan einen eigenen clan und ja okay ich war jetzt die letzten tage nicht mehr online gewesen das kann ich ja jetzt aufholen so ja ist heute drinne witzig ja erst gewonnen und dann coc heute passt alles oh gratis ah voll trainings mensch heute ist ja richtig guter tag ich glaube ich muss heute mal äh lotto spielen da war das trainings trank wo ist der reiser benutzen und gratis wieder voll schon mehr ist angefangen oder hier wohl ja blonnung ach 97 nachrichten verlassen verlassen hast du herausgeschmissen haben sie verlassen ein zwei drei vier leute haben verlassen 1 2 3 4 leute haben verlassen gibst du das rausgeschmissen befördert 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 ich bin level 12 stern 2 mit meiner burg ich finde das gut aber warum auch nicht ne so jetzt einmal die drachen ausbilden nächstes mal sind sie stärker und sind so stark wie deine luna ich habe so viel gold warum habe ich so viel gold das kann doch nicht sein hier machen wir das mal zack ganze gold weg so schauen was kann ich bauen eine riesenbombe hätte ich vielleicht am besten nach dem kampf machen müssen schade zu wenig elixier da hat man am tag mal fünf sterne die man freispielen muss oder was heißt freispielen die du durch siege erreichen kann dann kriegst du einen bonus und dann kriegst du einen bonus dann kriegst du einen bonus ich bin dann kriegst du einen bonus die So, mein Zauberer, den habe ich gerade benutzt, dass er als heile bleibt, dauert nur ein paar Sekunden. Ich brauche nur einen Stern. Oh, das schaffe ich, einen Stern. Warum er jetzt einen Stern wird, das auch nicht. Probiert er nochmal, aber der ist gleich tot durch die Luftabwehr. Aber nicht schlimm. So, Belohnung abholen, zack, und Mauer. Oh, ich kann nichts machen außer Mauer. Das ist doch doof. Dann gehen wir mal in den Duell-Bereich rein. Fortschritt. Oh, Kanone auf Level 11. Schön. Dauert zwei Tage. Verbaugene Tesla-Spiele. So. Oh. Also, ich bin hier nicht so ein großer Profi drin, aber ich sage mal schon, ich bin nicht der Schlechteste. Also, besser geht's. Aber nicht viel besser. Genau. Gut. Ja. Hische Schlüssel. Also, ich kanns songen. Ich habe jetzt hier eine Schlecht. Bo indexesel. blöb 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 da kriegt nicht mehr. na gut 60% ist gerade nicht sehr gut alles ein bisschen beschleunigen mit der ruhr eigentlich die schon alle auf 7. ah der ist noch 6 noch warten, noch warten was macht der denn da der hat nur einen Minenwerfer noch oder Bombenwerfer ein Bomben Skelett das schafft er nicht so 100% und zu Ende aber verloren ich habe verloren und hier ist immer so eine Tagesquest man muss 3 Spiele am Tag gewinnen dann hast du die Tagesquest erreicht die Atelier ist gerade im Bau, das ist gut Minenwerfer heißt der ja also das sind erstmal die zwei es ist jetzt gerade auch wieder die Clan Liga in Gange war ja dann können wir da nochmal gleich reinschauen ich habe ja noch ein paar Sekunden witzig ein paar Sekunden oh alle kaputt wieder 60 64% so ja wir warten nicht was passiert wir gehen direkt zur Clan Liga das ist hier das Zeichen Geildenkrieg und Clan Liga ich bin hier der zweitstärkste aus der Gilde der zweitstärkste ah der hat eine Artillerie den möchte ich nicht angreifen da sind meine Leute noch so schlecht er hat auch eine oh der hat auch eine der hat auch eine der hat auch eine also der hat keine aber der hat eine super Abwehr und ich bin gerade nur auf die Drachen deswegen erstmal gibt es hier keinen leichteren das war stark der Gegner haska hat hier angegriffen mit 0 Sternen 42% ganz knapp gibt es hier keinen leichten Gegner boah alle schwer ist ja richtig verrückt ich hab gesagt unser Gegner ist gut Silber Liga 1 sind wir ne oh weia wen greif ich denn jetzt so an wenn ich die Artillerie zerstören könnte das wäre super hier sind bestimmt hier sind bestimmt zwei Tesla Sprüllen eine dann noch eine zwei drunter da hat er noch hier den Entfernung auf Level 3 boah ich glaube ich werde auch keinen Stern holen hier müsste ich ja den zweiten angreifen mach ich das ich greif den einfach an Elixiere voll ich habe keine Clan Verstärkung das ist kein Problem beim Wagen habe ich ich habe einen Helden nur frei das stört mich auch nicht stört mich auch nicht oh jetzt geht die Artillerie los jetzt treib ich es nur noch bei nein alles tot Eintracht nur und nein auch tot bei 34% bei ja also das war es für heute ja recht herzlichen Dank fürs Zuschauen ja ich werde mich hier auslocken ja Gewinnspiel ja mein Ticket einlösen ok da können wir nochmal schauen mehr Infos vorwiege Gewinner du hast gewonnen juhuuu ok Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid und wenn ich was top mit kriege beim Siegen hier werde ich dann verlose an irgendjemanden von euch mhm ok also dann danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal tschüss 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 tigers